Willkommen bei Big Ben Lörach. Gartenbau in Lörach. Wir sind ein Unternehmen, bei dem auf qualitativ hochwertige Arbeit besonders Wert gelegt wird. Wir bauen Gärten für Menschen, machen Mauer- und Natursteinarbeiten, Pflaster- und Belagsarbeiten. Mit professionellen Pflaster- und Belagsarbeiten verwandeln wir Ihren Außenbereich und gestalten ihn funktional. Außerdem machen wir Holz- und Zaunbau sowie Sichtschutz, Schnitt- und Baumfellarbeiten sowie die Pflege. Planung und Beratung. Bei uns beginnt jedes Projekt mit einer gründlichen Planung und Beratung. Durch unsere langjährige Erfahrung in der Außengestaltung, Garten- und Landschaftsbau ermöglichen unsere Experten eine kurze, termingerechte Bauzeit. Kontaktieren Sie uns jetzt. Big Ben. Planen, gestalten, pflegen. Ihr Garten unsere Leidenschaft.